Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Unterschied von Tod und Tod im Deutschen genauer an. Dieser Unterschied ist an sich total einfach, denn Tod mit T am Ende ist das Adjektiv und Tod mit D am Ende ist das Nomen. Sehen wir uns hierfür zunächst ein paar Beispiele an. Ich bin Tod. Wie bin ich? Tod. Und mein Tod war grausam. Was war grausam? Mein Tod. Jedoch gibt es ein paar Ausnahmen, welche die Regel sozusagen kaputt machen. Zum Beispiel Tod schick oder Tod sicher werden beide mit D geschrieben, obwohl es Adjektive sind. Umgekehrt gibt es auch die Ausnahme. Beispiele dafür sind der Tote und der Todpunkt. Dies sind Nomen und werden trotzdem mit T geschrieben. Von dieser Ausnahme gibt es leider noch weitere. Diese musst du leider alle auswendig lernen. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast. Doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback, was wir an unseren Videos noch besser machen können in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.